Musik Ich grüße euch Freunde, willkommen zurück bei Subnautica Below Zero und wir haben natürlich das Tiefensee Modul Nummer 3 für unsere Seebahn, was das natürlich macht und wie viel Meter das sind und wie man das kriegt, zeige ich euch natürlich jetzt 1, 2 brauchen wir und einmal Plashtalper, aber dazu brauchen wir ja zweimal das hier und 5 Titan, 5 Titan 5 Titan 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 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 6 6 6 8 9 9 10 10 11 11 11 12 11 11 12 13 14 So, mach mal so. Mach mal hier, mach mal noch halt. Müsste reichen. So, mach mal hier, mach mal hier. So, zack, haben wir. Kannst du was dringend noch machen? Okay. So, und Stufe 3. Oh, die letzte konnte man bis 650 Meter. Mal sehen, was jetzt los ist. Tausend. Tausend Meter. Ja, das ist Nummer 3. Ich habe hier gesagt. Deine Wunderselger. Ja, das ist Nummer 4. Das ist Nummer 5. Untertitelung des ZDF, 2020